Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 450 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017